Herzlich Willkommen zum Myocastor coipus, das ist der hier, also ein Nutria. Sympathische Zeitgenossen, diese Viecher, die werden bis zu 65 cm lang, ganz grob und bis zu 10 kg schwer. Die Orangenzähne, also die gelblich-orangenzähne, das ist übrigens durchaus ein typisches Charakteristikum von ausgewachsenen Tieren, weil die lagern da Eisen in ihren Zähnen ein, sind sozusagen Eisenbeißer, wenn man das dann so nennen möchte. Das ist hier ein Nagetier, das keine besondere Verwandtschaft mit unseren einheimischen Nagetieren aufweist, stammt nämlich aus Südamerika und hat demzufolge jetzt wirklich wenig zu tun mit zum Beispiel einem Biber, wie der bei uns vorkommt. Natürlich, die sind schon verwandt, aber relativ entfernt, auch wenn sie sich ein bisschen ähnlich sehen, so rein von der Optik her. Als Südamerikaner ist das Nutrias nicht so sehr gewöhnt, dass es kalte Winter gibt und das ist bisher auch seit 1870, 1880 rum irgendwie der Grund, weshalb es bisher noch wenig Nutria bei uns gegeben hat. Allerdings werden die Winter ja jetzt immer milder und demzufolge kommt es auch zu einer erhöhten Ausbreitung vom Nutria entsprechend. Jetzt kann man sich eben sehr streiten, ob das nun schlimm ist oder ob das noch nicht so schlimm ist oder ob es schlimm werden könnte. Dazu später noch ein paar Takte mehr. Jedenfalls bisher, seit dem Ausbrechen der ersten Nutrias aus Pelztierfarm, war es ein relativ seltener Zeitgenosse. Eben durch die kalten Winter, die dann die Population regelmäßig zusammenbrechen lassen. Ernähren tut sich so ein Nutria fast rein pflanzlich. Hin und wieder werden auch mal Schnecken oder Muscheln verzehrt, aber bestimmt 85 bis 95 Prozent pflanzliche Kost. Wohnt in Bauen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Biberbau, wie ein Bisamrattenbau. Allerdings graben sie vergleichsweise wenig und legen nur kurz bis maximal angeblich bis maximal nur drei Meter lange Röhren an, die auch nur einen Ausgang haben und darin werden eben entsprechend die Jungen aufgezogen. Dabei muss man dazu sagen, dass Nutrias eins der wenigen Säugetiere sind, die streng monogam leben. Die bilden also Pärchen und bleiben wahrscheinlich zumindest ihr Leben lang zusammen, können auch recht alt werden. Zehn Jahre sind keine Seltenheit und sind das ganze Jahr überfruchtbar, haben keine besondere Paarungszeit. Demzufolge sind bis zu drei Würfe pro Jahr theoretisch möglich, wenn alle Bedingungen stimmen. Ja, ist so ein Nutria jetzt zu irgendwas gut? Naja, der soll sehr lecker sein. Also Nutria-Fleisch gilt wohl wirklich als überaus delikat. Kann man wohl alles mögliche Leckere draus machen. Und er ist ein Pelzlieferant. Und insbesondere der Unterpelz, nicht diese langen Außenhaare, sondern die Unterwolle sozusagen, die wurde sehr geschätzt und wurde entsprechend für Klamotten genutzt. Selbstverständlich ist das keine gute Idee, heutzutage jetzt noch großartig in einen Nutria-Pelz zu setzen. Aber vielleicht für Survival-Zwecke ganz interessant, dass so ein Nutria durchaus auch für nicht erfahrene Jäger möglicherweise ein erlegbares, essbares Wildtier darstellen könnte. Und dann bleibt noch die Frage zu klären, ob es sich denn jetzt nun um einen Schädling handelt oder eben nicht. Also es ist unbestritten, dass die Population vom Nutria in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Genau genommen hat sie sich in manchen Gebieten verdoppelt. Jetzt ist verdoppeln nicht schlimm, wenn vorher nur ganz, ganz wenig da waren. Also das klingt erstmal super dramatisch, aber eine Verdopplung einer Population bei einem sehr reproduktionsstarken Tier wie einem Nutria ist jetzt auch erstmal per se gar nichts so Besonderes. Was kann der anstellen? Naja, er richtet wasserbauliche Schäden an, wenn er irgendwelche Dämme untergräbt und so weiter und so fort. Das ist halt im Prinzip auch ein Problem von uns, dass wir überhaupt Dämme haben. Hätten wir keine Dämme, dann würde der Nutria auch keine wasserbaulichen Schäden anrichten. Das gilt für alle Tiere, die wasserbauliche Schäden anrichten, dass das natürlich auch immer mit unserer Infrastruktur so ein bisschen zusammenhängt. Natürlich, es ist kein einheimisches Tier, es deckt sich aber ganz gut mit den meisten einheimischen Tieren ab. Es gibt keine großen Verdrängungsreaktionen. Man kann also jetzt nicht beobachten, dass der Nutria irgendwelche super seltenen Tiere quasi angreift und auffrisst. Sondern, was einzige Wasser tut, ist natürlich Ufervegetation beeinflussen und er frisst zum Beispiel auch gerne so einen Schilfsaum ein bisschen kahl. Dann ist da halt kein Versteck mehr für irgendwelche seltenen einheimischen Tiere. Und wenn man jetzt die seltenen einheimischen Tiere natürlich hochwertiger ansieht als so ein Nutria, dann ist das sicherlich selbstverständlich ein Problem. Man muss auf jeden Fall solche Neubürger sozusagen immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Man muss sie gut beobachten, ein ordentliches Wildtier-Monitoring machen. Momentan bin ich noch nicht zu dem Schluss gekommen, dass der Nutria ein Riesenproblem darstellt. Außerdem, die erheblich größere Schäden anrichtende Bisam-Ratte wird vom Nutria wiederum verdrängt, weil die so ungefähr den gleichen Lebensraum haben. Der Nutria aber scheinbar ein bisschen besser in der Lage ist, da klarzukommen, als halt eben die Bisam-Ratte. Und die machen sich gegenseitig Nahrungskonkurrenz. Man besiegt also quasi den einen Neozon mit dem anderen, mehr oder weniger. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Direkt Probleme machen, indem er irgendein anderes sympathisches Tier tötet oder wirklich ganz schlimm bedrängt, tut er jetzt nicht. Auch wenn das Potenzial dafür bei großer, großer Vermehrungsrate und hoher Populationsdichte sicherlich gegeben ist. Eine Sache, die beim Thema invasive Tierarten oder auch Pflanzen meiner Meinung nach immer viel zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass viele Leute eben einfach nicht verstanden haben, Natur ist gleich Wandel. Die einzige Konstante, die es in der Entwicklung von Ökosystemen gibt, ist, dass es keine Konstante gibt. Es entwickelt sich immer alles weiter. Neue Arten kommen immer dazu. Alte Arten verschwinden immer. Das ist die eine Sache, die wirklich ausnahmslos immer stattfindet. Weshalb man also per se nicht automatisch sagen kann, oh, der ist neu, der war hier früher nicht. Natürlich wäre der hier nicht hergekommen, also ist der falsch. Wir müssen uns langsam wirklich vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen bei all diesen neu eingebürgerten Tierarten sonst wo durch den Menschen, ob wir nicht irgendwie doch mal akzeptieren müssen, dass der Mensch eben nun mal ein Faktor ist, der zu neuen Arten in Lebensräumen führt, in denen diese Arten bisher nicht vorhanden waren. Und das wäre wirklich was, was man wirklich sehr, 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 sehr stark diskutieren müsste. Ich kenne da jetzt auch nicht die Lösung, aber wollte ich hier nun mal kurz angesprochen haben. Und damit sind wir durch. Ich persönlich finde die Viecher sehr sympathisch und bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt mit dem Problem, das dadurch eben entstehen kann und sicherlich auch wird. Macht's gut! Macht's gut! Ich bin gespannt, wie wir in der Weltsteida, Untertitelung des ZDF, 2020